Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Das Licht scheint in der Finsternis. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. So hören wir im heutigen Evangelium. Und die Rede ist auch von Galilea. Und Jesus hat keine Angst, auch in seinem Eigentum, wo er hingekommen ist, in Galilea, wo er aufgewachsen ist, Licht zu sein. Er hat keine Angst vor der Finsternis. Jesus selbst ist das Licht der Welt. Liebe Brüder und Schwestern, haben wir Angst vor Jesus? In der Finsternis unserer Zeit, unserer Welt, mit all diesen Konflikten, aber auch mit aller Verwirrung, selbst bis in die Kirche hinein. Es ist nicht unsere Kirche, es ist die Kirche Jesu Christi. Liebe Brüder und Schwestern, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nehmen wir in der Kirche Jesus auf? Nehmen wir ihn wirklich auf mit seiner Herrschaft als König, mit seiner Wahrheit? Oder ändern wir die Wahrheit? Passen wir sie wieder an? Machen wieder viele Ausnahmen? Und betrüben so den Herrn, liebe Brüder und Schwestern, nur dann, wenn wir Jesus wirklich mit seiner Klarheit, mit seiner Wahrheit annehmen, dann kommt Friede in unsere Zeit, in unsere Welt, in unsere Herzen. Bitten wir den Herrn, verzeihen, da wo wir unsere eigenen Gesetze und Regeln gemacht haben, Ausnahmen noch und noch, bitten wir den Herrn, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes uns die Freude schenken möge, an ihm, an seiner Wahrheit und an seiner Herrschaft festzuhalten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.